Der Anfang. Vom Ende. Olivia nutzt den Turm, um einen Zugang zu deren Welt zu öffnen. Du kannst das verhindern, indem du die Ansaugfilter des Turms deaktivierst. Dann machen wir das doch mal ganz schnell hier. Aber erst einmal... ...genießen wir ein kleines bisschen unsere Upgrades. Wer meint Space Marine? Können wir nicht weiter benutzen. Einer bringt uns gar nichts. Hm. Du bringst uns auch nicht viel. Dann müssen wir halb männermäßig uns nur normal verhalten. Wo steckst du, Schlampe? Was ist das hier? Make my day. Im Dunkeln ist gut munkeln. Außerhalb der Basis dreht nicht verankerte zwischendimensionale Aktivitäten auf. Für Aufgaben an der Oberfläche will daher die Arbeit in Teams empfohlen. Das interessiert mich nicht. Ich bin einer an... Ein-Mann-Show. Was war das? Luftschleuse. Haha! Sesam öffne dich, Baby! Das nenne ich mal ne Party. So. Oh. Da hat meine Ex gerade ihre Menstruation. Okay. Los geht's. Was? Alles hier nur Benzin brauchen wir nicht. Ha! Wo geht's lang, Baby? Zeig mir den Weg. Station 2, Station 3. Was zum... Die Dämonen lassen sich zack für heute. Das kann aber nicht wahr sein. Hier, Dämonen! Na? Schua! Wo seid ihr? Ich hör euch! Wo seid ihr? Spielt nicht mit mir! Ich hab keinen Bock aufs Spielen! Hahaha! Ha! 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 Ich werd zweit für diesen Scheiß hier. Ha! Warte mal! Da oben. Ich krieg dir! Ich warte! Ich muss nur meinen Weg finden, dann bist du fertig. Hm. Ha! Ha! Alles klar. Was... Was... ... ist... ...das? Holenprüfung! Aha! Gib her! Vakuum! Warum bin ich in einem Vakuum? Lass mich hier raus! 15 Imps! 15 Imps! Mach ich schon mit Links! Was? 15 in 10 Sekunden? 2 Sekunden pro Kill! 12 Imps! 13 Imps! Ja, komm her, ich hab doch noch mehr, ich hab noch ein paar Sekunden für euch. Ja, da habt's gut gekonnt und dann einher. Was ist hier los? Mehr. Mehr Ims. Ich sag dir, gib mir mehr, ich brauch mehr Ims. Gib mir mehr, mehr Ims. Ja, schon vorbei die Prüfung, oder was? Ansauger. So nenne ich meine neue Freundin. Und wir werden wieder zurückgebeamt. Ha! Was war das? Das war unangenehm. Das möcht ich nicht nochmal machen. Ich hab manchmal das Gefühl, dass ich in einem Ladebildschirm festhänge. Der Anzug stinkt. Lad hin. Ah, und jetzt? Jetzt bin ich offiziell Commander Ansauger, oder was? Wo bin ich überhaupt? Und hier kam ich. So, Freunde. Wo seid ihr? Ich hab keine Ahnung, was wir mit dem Ansauger machen. Vielleicht ist es eine Fähigkeit. Vielleicht ist es auch irgendwas anderes. So. Erhöht die Erfernung, hier in der hinterlassenen Gegenstände aufzunehmen. Nehmen wir. Gut. Dann müssen wir nicht wie immer wie ein kleines Schulmädchen hinterherlaufen. Ha! Aber ich bin gerne in die Prinzessin. So, ihr hässlichen Viecher. Wo seid ihr? Tür auf. Was ist denn hier schon wieder passiert? Ha! Hallo. Was bist du denn? Raketenwerfer. Jetzt gibt's erstmal ne richtige Penetration. Was bist du? Gesperrt. Hält das aus? Nicht schlecht. Was ist das? Habe ich geschleudert? Das ist ein Flugzeug. Hier sieht viel los. Nur ein bisschen Action. Zieher. Nehmen wir mal das hier. Für Gegner. Ich sehe keine Gegner. Wow. Nicht schlecht mein kleines Limpchen. Okay. Neuer Plan, neue Taktik. Klatsch! Klatsch mein Kleiner! Willkommen zu der Klatsch! Wo ist er? Komm da runter! Oh. Oh. Habe ich dich mein Kleiner? Na, wer will noch mehr? BAM! Woah. Was willst du denn? Klatsch! Oh fuck! Der fängt mir auch noch. Komm her! Wo ist der Imp? Imp Jochen, komm her! Wer kann denn mehr spielen oder was? Wo ist der Olivia? Die kriegt jetzt. Er weiß, dass er wieder eine Schelle kassiert. Er haut schon wieder ab. Was ist hier los? Leute kämpfen gegeneinander oder was? Was? Hallo, wer bist du denn? Gmehr! Danke dir! Ratorianer! Hallo! Wow! Was war das? Nicht schlecht! Nicht schlecht, mein Kleiner! Ah. Mal starten wir jetzt von hier. Deaktiviere die Agentenfilter. Jetzt kann ich mich aber bestimmt verlesen. Da oben sind sie wieder. Na wo seid ihr? Na wo seid ihr? Da unten warten wir schon auf mich. Klatsch! Wer will denn nicht? Ich will's überplatzen! Danke! Klatsch! Ha ha ha! Mehr! Wo seid ihr? Wow! Nervösen Finger heute oder was? Lass uns ein bisschen Spaß haben! Yeah! Oh! So! Ruhe hier! Hey damit! Das ist alles meins! Ah! Waffenpunkt! Können wir das upgraden? Raketenwerfer? Gibt's nicht. Okay. Wir haben vier. Was brauchen wir da? Wir brauchen ein besseres Shotgun. Erhielt die Größe der Explosion! Genau das was ich brauche. Komm her! Folge mir mein Kleiner! Da bin ich ja mal gespannt! Wo ist das? Wo ist das? Ah! Das sind die Dicken! Und ein Sniper! Woah! Da hab ich aber gerade Glück gehabt! Da hinten ist noch ein Höllentor! Na ja! Müssen wir durch! Das ist hier! Was ist das? Wir deaktivieren den Tower nur für kurze Zeit! Du musst jede Linse einzeln entfernen! Öffne die Scharniere, dann gleiten die Hüllen nach! Mach das in der Linse aus! Die Erzeugung von Angst ist entdeckt! Die Erzeugung von Angst sind entdeckt, die erlukt ist nicht nötig! So, was haben wir denn hier? Eine Kettensäge schon wieder. Was rauscht hier? Das bin ich ich! Dann wollen wir mal weitermachen. Eine Schutzmauer. Ha! Nichts einfacher als das. Station Nummer 3. Na, wo seid ihr? Mehr! Auf mehr Demoon! Bäm! Schnauze! Keiner will mit mir spielen! Her damit! Hä? Was ist das? Ah, Potenzverstärkung! Mit dem Helmet! Gesundheit! Schnauze! 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 Hallo! Woah! Woah! Okay, es sind ein paar Freunde, die holen wir gleich. Hör auf! Hör auf! Die Höllenenergie ist ohne Filter nutzlos! Schnauze! Das ist auch mein Plan, wir brauchen keine Höllenenergie! Die ist wertvoller, als du dir vorstellen kannst! Die ist nicht wertvoller! Die ist nicht wertvoller! Unbegrenzt vorhandener Energiequelle! Ja! Auf Kosten wehrloser Schwächlinge! Ohne mich! Ohne mich! Schnauze! Get over here! Noch wer? Noch wer?! Ah, ich hab doch immer einen grünen Daumen! Komm her! Zeit zum Spiel! Stirb! Was hält so heute aus? ust es galera! Daernm, I'm good! Oh no, das war uns another was. Das war uns uns! Das war's noch so. Das war's noch was. Daernm! Bраж wenn ich tut ihm! ucke! collected dir wohl? Sehr gut. Waffen schon wieder erhalten. Es regnet Waffenpunkte. Nehmen wir. Anscheinend muss ich da hoch. Aber ich schau mich erstmal noch um. Aha! Ich verstehe. Einmal im Kreis und wieder zurück. Okay. Eine neue Rune. Runenprüfung. Zerstöre mir die Pistole 30 Fässer, bevor sie ablaufen. Sechs Sekunden. Naja. Nichts einfacher als das. Guck mal her. Schaffen wir. Na gut, dass wir nicht immer nur einen Schuss, einen Treffer machen müssen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Nett. Alles gesperrt. Was haben wir denn da freigeschaltet überhaupt? Verlängert die Benommenheit von Dämonen. Klingt gar nicht mal schlecht. Das werden wir ausrüsten, wenn wir die vierte Prüfung bestanden haben. Die Ecke kommt mir sehr bekannt vor. Ah, es war die erste. Okay. Okay. Etamette. So, wo ist der nächste im Spawner? Mein kleines Höllen-Nest Okay Kein anderer Gegner da Mal gucken, was dich hier noch so findet Hallo, Baby Hell yeah Super Schrotflinte Super Shotgun Sie wissen nicht, was ihnen passiert Sie haben so keine Ahnung, was mit ihnen geschehen wird Ja, nicht bei mir heute Wow Was hat mich denn da erwischt? Ah, hier sind wir Ich wollte schon sagen Wo ist der Doomguy abgeblieben? Dämonischer Vorstoß entdeckt Nicht bei mir Oh, Sackgasse Hab ich gar nicht gesehen Ah, guck dir an, da oben Das ist ja alles voll mit hübschen kleinen Dämonen Hahaha Meri, come her executing Meri, come heri Komm doch her, mein kleiner Dämon, hast du noch ein kleines bisschen mehr für mich? Was ist das? Super Shield! Nein, passt! Mehr! Wo seid ihr? Ihr schießt wer, wo bist du? Stürm! Und bleib tot! Die halten nicht lange durch, Schwächlinge. Langweilig! Und bleib tot! Und bleib tot! Und bleib tot! Zack! Du auch! Komm her! Du auch noch! Warte! Hier! Da hast du! Anscheinend geht es in diese Richtung. Wir werden mal rum gehen. Mit wem rede ich hier eigentlich? Mit meinen eigenen Stimmen? Wer bist du? Brätorianer! Gib her! Du bist nicht umsonst gestorben, mein kleiner! Wo seid ihr? Es kann doch nicht sein, dass heute schon Feueramt in der Hölle ist! Ah! Da brauchen wir nicht hin! Hier wollen wir hin! Geheimnis gefunden! Automap! Schon wieder? Wie viele Waffen-Upgrades kriegen wir denn hier? Was? Schüsse durchdringen Ziele, nicht schlecht! Na toll! Jetzt juckt mir die Nase und ich hab'n Helm auf! Hier hatte Bertha ihre Tage! 150 Meter! Hier waren wir doch schon! Wir sind jetzt nur oben auf dem Dach! Ha! Keine Sorge meine Kleinen, ich finde euch schon! Und hier auch noch, für dich! Ah! Diese Zivilisten hier! Alles Casual Gamer! Weg mit euch! Ihr seid es nicht mal wert mit der Schrotflende massiert zu werden! Was hier los! Nicht mit mir! Eure verkackten Shotguns könnt euch nur dazu entschieben! Hahahaha! Ja, spinne ich denn! Der Mars ist eine rote Wüste und sie wollen ihr grünes Gras pflanzen! Das sind wirklich Dämonen! Mehr! Mehr! Mehr Gegner! Mehr Kaffee! Ja! blurb! Dreh! Und das ist alles mit Dämonen energie gewachsen! Na toll. Wenn du da reinbeißt, wirst du spontan zum Dämonen. Herrlich gesunde Apfel. Hey, dich habe ich gesucht. Was haben wir denn hier? Ich bin zwar gedrückt, um meine Mikrorakete loszufetzen. Nehmen wir. So, R2. Bevor du jetzt abhaust, warst du der, den ich vorhin gesehen habe? Das ist hier der reinste Zirkus. Immer im Kreis. Ah, Munition. 70 Meter. Ich glaube mal, wir sind ganz dicht dran. Hahahaha. Hm. Ah. Munition, Waffen. All das, was ich brauche. Her damit. Höllenritter. Dann möchte ich mal die Höllenmarkt sehen. So, Computer gehackt. Achtung, Energiekontamination hat kritische Grenze erreicht. Okay, raus hier. Was bist du? Mehr, komm her. Oh. Okay. Da hat sie mich gestunnt. Nicht schlecht. Nach unten drücken. Brauchen wir nicht. Was ist das? Reduziert die Munitionskosten für Mikro. Nehmen wir. Nehmen wir. Oh. okay Ah, die geht durch die... Ah, der Schuss geht durch die Wände. Mehr, wollt ihr mehr? Komm her! Ich hab mehr für euch! Oder weniger? Nein! Die Alte fuckt mich ab! Ah, ah, ah... Die Alte fuckt mich ab! Das war's für heute. Bäm! Kieferbruch! Aus die Maus, Junge! Klatsch! Ah, wie viel habt ihr noch? Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Gegner für mich. Keine Munition mehr, das kann nicht sein. Wow. Klatsch! Wo steckt die Alte? Die kann durch Wände schießen, das ist scheiße! Na gut, sie sind im Bau. Das ist ihr natürliches Recht. Oh, nein! Auf ein neues. Demonstration ist der Kampf. Und wir aber auch gleichzeitig extrem langweilig sind, dieser Kampf hier. Kann ich hier noch in der Ecke verstecken? Ich bin ein Marine, ein Space Marine. Die verstecken sie dich in der Ecke. Aber ich werde dazu gezwungen. Hi, Bitch. Na, wo bist du, Schätzchen? Noch mehr von deinen hübschen Gegnern hier? Yeah! Hell yeah! Oh, jetzt ab. Würde mich mal interessieren, ob die Gegner dauernd neu spawnen oder nicht. Was ist spawnden? New Boats Okay, wär mein Problem. Die alte ist extrem fickrig auf mich. Wahrscheinlich wirklich meine Ex. Null Chance. Dass sie durch Wände schießen kann, macht sie übermächtig. Ja, kümmer her. Bist du tot? Nee. Ich weiß nicht, ob sie tot ist. Da ist irgendwas gerade umgekippt. Ihr eigener Hass hat sie getötet. Schlampe. So geht's hier lang. Habe ich hier noch was vergessen? Sie war ihr schlimmster Feind. Weil sie mich nicht töten konnte, hat sie selbst Mord begangen. Langweilig. So. Jetzt hier, wo geht's lang? Hier geht's lang. Oder auch nicht. Ich bin zu alt für den Scheiß. Kuh. Hey. Hey. Da haben wir ja noch mal ein bisschen Action. Das ist ja schön. Über. Oh. 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 Wir brauchen erst einmal ein bisschen Energie, bevor wir weitermachen. Wie komme ich denn da hin? Schnurze, ich bin hier der Chef! Schön, still. Mehr, mehr! Mehr Dämonen! Hallo, Schlampe, ich hab dich vermisst! Oh, jetzt hab ich dich offiziell getötet! Summer! Lachhaft! Nightmare, my ass! Warte, ich helf dir! Uah, danke dir! Denken Sie dran, die Zwölf des Neunerrads beobachten Sie! Ich lösche dich gleich mal, mein Kleiner! Ah, alles hat auch mal ein Ende! Oder auch nicht! Dann hacken wir mal wieder! Wenn du da willst, musst du nur den letzten Filter zerstören. Dann gibt es keine Arzt und Energie mehr in unserem Sonnensystem. Und wir fangen wieder bei Null an. Bäm! Bäm! Du hast keine Ahnung, was du da gerade getan hast! Olivia lebt noch. Ich hab dir den Turk verbiest! Wir müssen noch eine hässliche Schlampe platt machen! Ha, 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 ha!